Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Story Mode! Weee! Mit Lucas! Jessie! Das ist ein Cosplay, ich plane mit meiner Freundin, wir beide planen, Partner Cosplay. Yeee! Ich freue mich so. Äh, ich hoffe das geht jetzt mit der Lautstärke. Ich habe das Mikro ziemlich weit weg gemacht und ich hoffe das geht dann. Also zumindest, dass ich nicht mehr erstellig dieses Geräusche habe. Diese Geräusche. Die sind mir selber aufgefallen und die waren echt nervig. Ähm. Ja. Also wie gesagt. Äh. Meine Freundin und ich wollen wirklich einen Partner Cosplay machen und zwar von Jessie und Lucas. Because. It's our OTP! Ich höre hier bei mir. Ja. Ja. Es ist wirklich unser OTP. Also. Jessie ist Lucas. Lucas ist einfach toll. Ähm. Ich versuche dann Jessie zu cosplayen und sie Lucas. Fun. Lustige Sache. Wir beide haben genau die gegensätzliche Augenfarben. Sie hat grüne Augen und ich habe blaue Augen. Eigentlich müsste ich Lucas cosplayen. Das ist ganz sicher. Ich habe so mal blonde Haare. Eigentlich müsste ich weiblich Lucas cosplayen. Aber das ist auch irgendwie blöd. Und sie traut sich weiblich. Ich traue mir das gar nicht. Ich habe so große. Ich traue mich das nicht. Ich traue mich das wirklich nicht. Weil. Meistens wird gesagt. Dass man äh. Brüste abbinden. Höchstens bis D machen sollte. Es gibt wirklich Leute die sagen. Bei so großen Brüsten besser nicht. Weil das tut dann auch irgendwann weh und ja. Naja egal. Wir machen jetzt mal weiter. Wir waren stehen geblieben. Bei. Bei. Eivor. Wir suchen Eivor. Wir suchen Eivor. Wir gucken wo er ist. Er ist durch die Tür. Oh mein Gott. Es gibt eine Tür. Durch die Eivor. Du musst wie catchen. Äh. Verprügelt. Ein bisschen Payback wäre schon schön. So ein bisschen Rache. Wir fragen ihn höflich ob er uns die Sachen zurückgibt. Ja. So blöd bin ich auch nicht. Wie. Klappt das? Sehr interessant wenn man die unterschiedlichen Größen sieht. Nein. Exel. Such einfach den Schädel. Okay. Wir sind so cool. Es macht Spaß einfach du mit uns abzuhängen. Yeah. Yo. Ab und zu. Ne aber jetzt erst auf Exel. Axel. Whatever. Es ist nicht nett von anderen Leuten die Sachen zu stehen. Und wir müssen uns nicht auf das Niveau von Eivor runterlassen. Hallo. Ich möchte gerne mit Lucas sprechen. Und der ist hier rechts irgendwo in der Ecke. Mano. Ich will mit Lucas sprechen. Hier komme ich auch nicht durch. Natürlich nicht. Warum auch immer. Ich komme hier überall eigentlich durch. Was soll denn mit? Ich hoffe ich bin wirklich nicht so leise jetzt. Das wäre scheiße. Aber sich. Ich lasse es jetzt einfach so. Ich lasse es jetzt einfach so. Ich hoffe das ist nicht so laut. Oder zu leise. Oder sonst was. Wenn doch. Verprügelt mich erneut. Mostly stuff about brewing. Okay. Jemand kennt sich über das Getränkebrauen aus. Ich habe ehrlich gesagt. Ich habe noch nie. Ich habe ehrlich gesagt. Keine Ahnung über das Brauen von irgendwas. Ich habe so lange nie Minecraft gespielt. dass ich irgendwie was zusammenbrauen könnte. Ich war da. Ne. Ich habe schon überhaupt Probleme mal irgendwas zu finden. Um vielleicht mal ein Portal zu bauen. Oder keine Ahnung. Ein Pferd zu reiten. Ich habe nicht mal Dörfer gefunden. Ich habe meistens damit aufgehört. Dass ich mein Haus gebaut habe. Und das war meistens wirklich dieses Anfangshaus so von wegen. So einmal aus Holz gemacht und fertig. Äh. Also sehr weit habe ich Minecraft nie gespielt. Keiner sieht was. Ja. Auch sage ich hatte meine Steinwaffen. Und zu soft. Aber super flashy. Ja. Ich glaube nicht, dass dieser Mann so viel Kampf macht. Hey. Du hast noch das eine Steinwaffe, oder? Ja. Ich hatte zu wagen. Ich hatte zu diesem Jörgwad-Bücher zuvor. Du weißt. Um zu retten. Um zu retten. Impressiv. Du hältst es. Du hältst es. Aber ich dachte, es war zu soft. Zu heavy. Eh. Es ist noch nicht so gut. Und es ist super flashy. Jetzt weiß ich woher die das Schwerd wieder hatte. Äh. Ich sag nichts. Ich spoilere euch sonst. Aber ich weiß jetzt nicht wieder, woher die dieses dumme Schwerd hatte. Oh mein Gott. Ah. I'm happy now. Ich weiß wieder etwas. Yay. Okay. Lucas ist ein Magier. Wir haben es verstanden. Erste, letzte Folge hat er sich irgendwie... Ist er unsichtbar geworden? Jetzt hat er sich von einem Punkt vom anderen teleportiert. What the fuck, Lucas? What the... Liegt es an der Jacke? Ist hier magisch? Can I touch it? Can I touch you? Don't judge me! Don't judge me. Ich weiß, ihr wollt es auch. Ihr wollt es auch. Ich weiß nicht, ich bin heute noch... Ich nehm abends wieder auf, weil... Eneke ist heute nicht da und... Ich bin irgendwie auf Droge. Also nicht wirklich. Ihr wisst, wie ich das meine. Wenn ich sage, ich bin auf Droge, dann heißt das, ich fühle mich so. Aber ich keine Ahnung habe, wie es auf Droge ist. Hey, Lucas! Dreh doch noch ein bisschen mehr und... Let's kiss. Yeah? Let's make out? Let's make Lucassi real! Let's get this Perry wheel! Okay, nope. Let's talk to Ruben! Hey, Ruben! My love. Lovely pig. Aw. Don't be so hard on yourself. I love you. You're the best pig. Hey, Lucas! Hey, Lucas! You find anything? Uh, you want an instruction manual on how to build a creepy villain lair using everyday objects? Just keep looking. We'll be out of here soon. I hope. But it is very creepy in here. I have to admit. Ich muss wirklich so gehen. Also, das ist hier wirklich sehr... Unheimlich. Ist das ein Lüftungsschacht? Kann man in Minecraft Lüftungsschächte bauen? Ernsthafte Frage an euch. Wenn irgendjemand von euch Minecraft-Profis ist, kann man... Kann man... Lüftungsschächte bauen? Und hey, hier ist ein Pilz. Ich hab mal versucht, einen Pilz nachzubauen. Didn't went so well. So, Olivia! Find anything? He's no slouch when it comes to enchanting. Das war ein Pinelbacke. Toll! Bewundere den Typen auch noch, der er uns beklaut hat. Because why not? Find anything? Und Axel! Warum willst du den giftigen Pilz anfassen? Axel! You weird! You know that? Okay, ein... Nein, Axel! Axel! Come on, Axel! Make yourself useful and go find that skull! I am! Uh, nope! You're literally doing the exact opposite of what I just asked you to do. There's no way he won't notice his fancy potion is missing. A good thief always covers his tracks! Seriously? Oh, yeah! The perfect crime! Es leuchtet nicht mal genauso sehr wie der andere Trank da. Es hat nicht mal dieselbe Hülle! The fuck, Axel? You're better than this! Okay, wahrscheinlich nicht. Du bist wahrscheinlich schlechter als das, aber... What the heck? Ich hab sogar schon brauche eine Stiefel gefunden. Sind ganz süß, aber so eine Schleife dran. Ähm, jetzt wollte ich über meine Cosplays drehen. Auch wenn ich mal googeln muss. Irgendwie auf Ebay oder so. Auf Ebay findet man meistens irgendwelche Sachen, die man braucht. Solange sie nicht aus Japan sind, passen die eigentlich. Aus Amerika sind es sogar meistens größer, als man glaubt. So als kleiner Tipp. So als kleiner Tipp. Äh... Keine Ahnung. Vor allem, du weißt nicht, was das ist. Es könnte gefährlich sein. Also, besser nicht rangehen. I mean... I mean... What the... So, good news, weird news. Okay. I found the skull. But... What the hell? Why'd I risk my neck for that skull, if he's got two of them already? He was in such a hurry to get it, too. There's gotta be something bigger going on here. We need to get out of here. Yeah, we're starting here. Gansett! Cousin! We need to be around, when he gets back. If he's doing something shady, we need to figure out what and why. Really? Sousin plus three witherskulls. That's the recipe for a wither. Wait, what? That's one of the worst monsters there is. We came down here to find the skull. Well, we found it. Maybe we should just grab it and get out of here, while we still can't. Das wäre die... Das habe ich vorhin doch gerade immer erst gesagt. Ich hab gesagt... Scatter! Wait, he's coming. Hat irgendjemand den... Boah! Schnelles Versteck! Okay, jetzt mal eine Sache. Petra, ich hab gesagt. Lass uns wieder verschwinden. Du meintest, wir müssen herausfinden, was hier losgeht. Seriously! Und im... Kurz danach sagt sie selber... Hey, wir müssen mal hier verschwinden. No shit Sherlock, das habe ich vor einer Minute erst gesagt. Und ich hab ehrlich gesagt noch nie einen Wizard gesehen. But I guess they're creepy! Moment, diese Stärker... Ja gut, natürlich sind sie stärker als Enderman. So stark ist Enderman nun auch nicht. Wie ich meine... Moment, ich hab sogar schon mal einen bekämpft. Einen oder zwei. Und ich finde diese Kreatur majestätisch. Ästhetisch. Hm, ich liebe Enderman. Weiter! Keep moving. Hi! Erso? Hi, Lukas! Ruben hat die beste... Das beste... Wie ist Ruben da hochgekommen? Wie ist Ruben da runtergekommen? So schnell. Ruben. Der beste Spionage hält aller Zeiten. Der Spionage... Shit. No one? Uh oh. Petra. Olivia. Hey, Iro! Hey, you! I'm here! What did you see? Leave her alone! Yeah, back off, pal. Pow. You too. Pow. You follow me here? Yeah. You thought you could just screw us over and get away with it, didn't you? We're here to prove you wrong. What are you going to do about it? I have what I want and you have exactly what you earned. Now get out before I put you out. We know what you're doing down here. Das ging so ver... Das ging so unheimlich. We know what you're doing. Thanks! Wait. Hey, nobody talks to my friends like that. Now shut your mouth. Or... Das war eine Beleidigung. Das war ein Kompliment und eine Beleidigung in einem. What the heck? I want to go. If you won't leave of your own volition, I'll happily remove you myself. So was würde ich auch gerne mal herstellen. Hey! Hey! Okay, let's keep moving, guys. Wo ist Lukas? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit! Ah! I hate it. I hate it. Ah! Okay, so kann ich die ASD benutzen. Ich muss das bemerken. Ah! Das ist so weird. Oh, man. Das ist so spannend. Es ist sicher. And now, for the first time ever, here at Endercon, we are very proud to present the one, the only, Gabriel. Oh, my goodness! Hi! Vielleicht kann er uns helfen, irgendwo aufzuhalten? Please, please. Thank you. Hi! Are you with me? No! Yeah, maybe. Uh. Guys. Wo ist Lukas? Where ist Lukas? I thought he was right behind me. Well, if he's not here, the only place he could be is... Still down there? Wait. Wait. Iron Gollum and all the ingredients to build a wither down there. If he were to unleash it in this crowd of people... We have to act fast. It just so happens that the greatest warrior of all time is in the building. I've felt a lot of pressure coming in here. We should ask Gabriel for help. This is the smartest way to help Lucas. He's tough. I just hope he's tough enough to hold it a little bit longer. Ich werde Lukas helfen. Ich lasse ihn bestimmt nicht ganz alleine da unten. Are you sure, Jesse? Yes. I am. Yeah. Ich werde Lukas bestimmt nicht ganz alleine da unten lassen. Der braucht meine Hilfe. Bitte. Bitte stirbt er doch. Wenn da direkt so ein Wizard losgeht neben ihm. Hallo? Das wäre selbstmord, wenn ich ihn alleine da unten lassen würde. Ich muss ihm helfen. Egal wie riskant es ist. Because I love him. I need to rescue my love. My... My one and only. Oh, I'm whispering. Jesse. Is that you whispering super loudly? Nee. Lucas. Over here. Das ist... Oh, hi, Golem. Wuh. Hilfe. Hey. Und komm, so laut habe ich dort auch nicht geflüstert. Okay, ja doch. Ich habe sehr laut geflüstert. Das war kein Flüster mehr. Aber gut, wenn man nach jemandem sucht. Was soll man machen? Flüstern? Oder schreien? I can't say this is the best spot I've ever been in. I'm gonna go in swinging. With what? My sword? Don't take this the wrong way, but... Don't do that. Just... Just don't. Why not? Why not? Why should I just go out there with my... Mit meinem Steilschwert und schwing es einfach durch die Gegend? Versuch ihn abzulenken und dann haust du ab. Während ich flehle dich verrecke und verprügelt werde, weil ich... Höchstwahrscheinlich... Mein Schwert in allen von Sekunden zerbrochen habe. Aber egal. Hauptsache, du bist rei gerettet. Ähm. Ja. Don't... Just... Don't. Ja. Ich würde sagen, das war ein guter Hinweis für mich. Ähm. Ähm. Äh. 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 Ich lebe dich, Lukas, ey. Oh, seine Reaktion. Nimm es nicht übel, aber... Lass es. Lass es einfach. Please. Don't do this. Okay, where is this guy? Wow. Okay, wieder down, wieder down, wieder down. Maybe I can... Vielleicht kann ich die Flasche greifen? Wann muss ich sie nur noch... Irgendwo hinwerfen? Zu dem Regal! Lauf, 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 lauf! Oh, toll, jetzt darf ich doch springen. And I'm gone! Ah! Lauf, lauf, lauf! Ruben? Are you crazy? Oh, bestes Schwein der Welt! Aller Seiten! Let's get out of here! Nice one, Ruben! Okay, Jessie, come on! Let's go! Yeah! Come on back for me. I didn't know if anybody was going to. No man left behind. That's my motto. Aw, this is... Guess I owe you one. This is so cute. Du schuldst mir gar nichts aus einem Kuss. Kiss, Jessie! Kiss! Kiss! Oh! Um... I want you to listen to me. What do you want me to do? Tell you charade style? I promise you. That's the last thing I want you to do. Four words. Six syllables. Sounds like... Smonster in the Schmeismet. Schmonster in the Schmeismet. Wait, just... I have a question for you. Oh, great. Yes, I will. Wie ist Lukas dahin hingekommen, wenn ich da vorne bin? Dass der Typ ja uns abgegriffen hat. Er ist böse. Das war nicht nett. Äh... Halte den auf! Halte den auf! Er hat was Böses vor! Er bin... Wisser! Bin... And... He did it. A Wisser stopped. Äh... Oder nur ein Wisser. Genau. Es ist ein Wisser. Great. And... And I'm going to die. Because I... Ich bin so abgelenkt, dass ich reagieren kann. Scheiße. Ah! Okay. Ihr solltet aufpassen. Ihr solltet nicht reden, sondern aufpassen. Ich sterbe hier. Ich habe einfach mal Fallquicktime-Event-Stop-Patsse. Einfach nur, weil ich mich ständig ablenken lasse. Ich bin scheiße geworden im Spiel. Ja, das lief nicht so gut. Und ich habe schon wieder verkackt. Fuck it! Okay. Was soll ich verstehen? Nichts. Gut. Ach, wirklich? Kannst du das? Ähm... 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 Eivor? Ich würde sagen, es funktioniert nicht! Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, wirf deinen fucking Trank! Meine Fresse! Hä corona! Äh... Jetzt mach endlich! Jetzt! I do it! I do it! Ähm... Und ich war zu spät. Und dein Bart ist schon wieder am rumglitschen. Egal, ich sollte um mein Leben rennen. Ich werde jetzt sterben. Wetten wir. Äh, Graeme, Gabriel! Oh, shit. Yes, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Äh, kuckuckuckuck. Ich drück das gerade mit meinem Ringfinger, das ist nicht bequem. Ich kann das Ding nicht bequem, nicht auf mein eigenes Leben. Okay. Und jeder ist weg, außer dir. Wenn du mir hilfst. Ich bin in dem Tempel. Aber was braucht es, dass ich ein nächstes haben kann? Ich kann es alleine machen. Natürlich. Folle mich! Ich bin beschissen. Ach, komm schon. Scheiß Hühner, ey. Well. Das ist groß geworden. That escalated quickly! Eishit. Und da flogen die ersten Menschen und keiner in den Himmel sind. Oh, wait. Hilfe, 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 Hilfe. Somebody, help me! Guys! Guys? Lucas? Wie war es jetzt mit deiner, ähm... Mit deiner Schuld, die du... Ja? Nein? Wow. Okay. I did it. Ich lebe noch und... Der Typ macht gar nichts, oder? Und tschüss, guys. Was hat er was da? Oh! Oh. Stupid chicken. Holy crap! Oh, man! Wenn ich noch in diesem Bausten war... Ich... Danke, dass du zurückgekommen bist, Jesse. Ich würde nicht hier ohne dich sein. Jesse! Ah, doch. Wärst du wahrscheinlich schon, aber... Es freut mich trotzdem, dass du dich so schön bei mir betagen. Ist schon gut. Wait. Wir müssen zusammenbleiben. Jesse, hilf mir! Oh, shit. Ah, ich hab dich. Hab dich, Petra. Hab dich. Ich... Go, 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 go. Go, 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 go. Shit. Wo soll ich eigentlich die ganze Zeit Kuh, ob er es nix bringt? Hm. Das war knapp. Okay. Dann... Los! Run, 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 run. Like a beat? Thanks for that, just now. Yeah, well. Now we're even, right? Ja. Keine Sorge, Petra. Du schuldest mir auch nix. Genauso... Weay. Genauso wenig wie Lucas, der ja jetzt schon wieder plötzlich mit drin ist. Äh. Ich drücke... D. Ich drücke... Ah! Wow! Okay. Ich drücke D. Ich drücke A. Und sie rennt trotzdem nicht vernünftig. Ah! This game! Das bringt mich langsamer, wenn man sich nach oben. Yay! Wait! Oh, shit. Hi! He's so absurd! Äh, äh. Hey! Ich hab zum ersten Mal Aiden gesehen. Äh, ich renn Lukas hinterher. Und Petra. Because I love them. Mir fällt jetzt zum ersten Mal auf, dass er noch eine zweite Autolot-Jacke ist. Ich bin reingerannt. Ich bin reingerannt. Ich versuchte einfach nur, von hinten nach rechts auszurennen. Und, äh, and I'm dead. And I'm dead. Ich soll mich nicht ablenken lassen. Ich soll mich nicht ablenken lassen. Was? Okay. This is how it works. So macht man ein Let's Play. Sich aufregen, wie dumm man ist. Und dann... Das war das Headset runterwerfen. So geht's. Stay together, everyone. Okay. I'll do it again. Und jetzt mal renne ich wieder nach links. Und jetzt mal passe ich auf, dass ich nicht da irgendwo reinrenne. Äh. Well. Yeah. Yeah, let's do this. No. Ich will da nicht reinrennen, verdammt. Ey, das sind aber die anderen von Lukas Gruppe. Ich glaub, die Maja war grad zu sehen. Oh, der ist auch geil. Hey. Lukas, du musst dir keine Sorge um deine Freunde machen. Sie sind alle vor dir. How about taking them with you? No? Oh, Gott. Oh, Gott. Rennig zu... Ah. Ah. Ich hab grad einen Q erwartet mit keinem E. Äh. Wow. Shit. I'm scared. Ich will dich noch mal sterben. Ich will dich noch mal von vorne machen müssen. Äh. E? Yes. Okay. Yay! I did it. I did a good job. Ich bin nur halber gestorben. The interchangeable is built entirely of obsidian. It should be untouchable in there. Okay. Kurze Frage. Wo sind die anderen Leute gerade hin, die mit uns gerannt sind? Sind die einfach in irgendwelche anderen Ecken gelaufen oder wurden die alle langsam eingesaugt? Weil sonst... Wieso sind die nicht uns hinterher? Wieso sind die nicht auch da rein? Da sind sie doch sicher. Ja. Es ist... I don't know. I don't care. I don't give a damn anymore. Äh. Wup. Pfeffer. Äh. Okay. Ah. Was ist mit dir? Äh. Something's not right here. It's not lit. Äh. Ich hab einen Flindernsteer. Everyone, get in! Now! Keine Sorgen, Robert. Ich komm gleich nach. Ich bin erstmal ein Held und rette Gabriel. Because I can... Äh. Ringfinger! Nicht so stark. Aua. Äh. Das ist... Das ist schwerer als das Aussehen. Okay, da laufen doch noch welche rein. Gut. Das ist gut zu wissen. So many of them. I can't save them all. I can't stop this by myself. We need to find the others. Others? Sorin's been missing for years. But the others... You must seek them out. Take this amulet. And guard it with your life. Okay. You can do this. Das ist die beste Frage überhaupt. Warum ich? Warum ausgereicht... Ich bin keine Heldin oder so. Ich bin ein ganz einfacher... Ich bin ein ganz einfacher Mensch. Warum ich? Äh. Peter. I'm going to save you. Oh wow. Haha, gotcha. Lucas. Go through the portal and meet up with the others. Stay here and do whatever I can. Don't be a cry baby. Go on Jesse, go. Get through that portal, now. I'm not meeting without you. I'm not meeting without you. The gang needs you, Jesse. Go through the portal. Aber... If anything happens, I'll meet you guys at the temple. Aber, 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 aber... Petra. Ich kann ihn nicht einfach hier lassen. Er ist so. And he's scared. Ich rette Petra. Fight auf Gabriel. Petra. Gabriel's still up there. Jesse, go. No. Aber Gabriel... Oh. Hier, warte. Ey, ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Ich schaffe es uns nie, aber ich hab's eigentlich erwischt. Trotzdem hat es mich erwischt. Egal. Ich bin mit Lucas durch. Ja, toll. Ich bin mit Lucas durch. Aber wo ist Petra? Hier. What are you saying? Jesse? What is he talking about? Because it doesn't sound. It was chaos. There wasn't much I could do. Jesse's right. Petra is still up there. Ich will Lucas... Just for a second. You got scared? Oh. Er sagt es trotzdem. It wasn't my fault. Ich wollte ihn nicht verraten, weil... ...weil mir irgendwie... ...leid tat. Ich meine, ich kann ihn verstehen. You got to go back. Think about what you're walking into. Er ist wahrscheinlich gerade eben weg. There's nothing you can do. You'll just end up getting yourself killed. You don't know that. You don't know. Hey, there she is. Doch, Axel. Ich weiß es. Come on. Es ist zu gefährlich. Und ganz ehrlich, ich kann Lucas verstehen. Ich hätte auch Angst gehabt. You again. Ich wäre auch erstarrt gewesen. Dasselbe könnte ich gerade auch sagen. You again. Why don't you go somewhere else? Okay. Und jetzt ist das Portal verschwunden. Weil es zerstört wurde. Great. Jetzt ist Petra verloren. Ich weiß ganz... You ruined everything. Don't pretend you don't know, Thief. You took my most valuable potion. And what should have been my moment of triumph. Babs! Na doch, ein bisschen. Es senkt meine Aggression, okay? Wirklich? Warum das denn? Ich bereue den Schlag nicht. Ich bereue den Schlag nicht. Yep. Nein. Das stimmt. Fuck you. Aber er hat irgendwie recht. It's your only way out. We can do that way. Time's wasting. Let's go. I don't like this. But you might be right. Bravo for embracing the truth. Leck mich, Albo. Tu nicht so, als würde es... Ich wünsche dir good luck, aber Glück won't carry you through the nether. You have my sympathies. Wait. What? You... This fucking... This fucking... This fucking asshole. And... This is not good. Let's get out of here. Oh, ein Schweine-Zombie. Dank dem bin ich letztens gestorben. This must be what I wore was talking about. War sehr lustig. Gott. Wow. Ich soll mir nicht am Blick lassen. Nö. Ich verkacke, stell dir die Quick-Knapp-Events, wenn ich so weiter mache. Everybody, hold on. Yay. Let's keep moving. Mit dieser Schiene, bei der wir keine Ahnung haben, wo sie hinführt. Und ich gucke mal eben nach, wie viel Zeit vergangen ist. Okay. Das Kapitel ist so vorbei und es ist ein guter Moment, um, naja, diesen Part zu beenden. Nach dieser turbulenten Kämpferei, Reinerei und Sterberei. I'm not dying. Ich bin nicht gestorben. Wer behauptet, dass ich sei gestorben? Ihr immer? Hm? Wie? Nein. Ich bin nicht gestorben. Das war Taktik. Taktik, um den Wittersturm da zu verwirren. Of course. Don't believe me. Alles Taktik. Damit ich den Part auch immer schön in der Lange ziehen kann. Damit es passend mit dem Kapitel war. Hm. Natürlich. Taktik. Okay? Nein? Fuck you so. Äh. Bevor das hier noch so lange weiter geht, beende ich lieber diesen Part. Oh, mein Hals kratzt. Deswegen beende ich diesen Part, trinke was und dann geht es mir besser. Also. Falls euch dieser Part gefallen hat, abonniert auch unseren Kanal. Drückt auf Gefällt mir. Und kommentiert, was euch so alles auffällt, während ihr einfach nur zugeguckt habt. Vielleicht sind euch andere Sachen aufgefallen. Vielleicht ist euch aufgefallen, wo die ganzen Leute gerannt sind. Anstatt das Gebäude, das direkt vor ihnen ist. Because reasons. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ähm, ja. Schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es ja wieder heißt. Let's play Minecraft Story Mode. Oder Melly Fangard über Lucas Mode. Don't judge me. Bye! Ich kann dich auch nennen BUT. 옷es Samzelf Moon. Danke dir. Wie solltest du deine Kancle segmentar. Ich kann dich auch nennen. Vielen Dank.